Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier gerade mit dem Schiff, mit der blauen Narzisse, ein bisschen unterwegs. Und zwar, wir fahren jetzt zu einem ganz bestimmten Ort. Und ja, hier kommen wir auch später mal hin. Und an diesen Ort kämen wir theoretisch auch noch mal später hin. Aber, ich wollte mal schauen und wollte mich hier noch besuchen. Und ja, ich werde kurz meine Party schnell umstellen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und ich habe ganz viel, viel mit in die Party genommen. So, Abilities habe ich nicht umgerüstet. Die Position dann noch ändern. Und ich habe wie viel den Cypressstock angelegt, den wir vorher gekauft haben. So. Und ja, jetzt gehen wir da nach hinten in dieses Dörfchen oder Häuschen oder was das immer auch sein soll. Hm, was mag das wohl für ein Ort sein? Hm, das werden wir gleich sehen. Willkommen in der Kirchenstadt, keine Ahnung, Isto Gaza. Ja, dieser Ort wird später noch in der Story sehr wichtig werden. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. So, wir gehen jetzt gleich in den Tempel oder Schrein oder was das immer sein mag. Und dann gehen wir da nach hinten und schauen, was wir hier noch alles kaufen können. Und hier kann man die letzten Dinge, die was man nicht mehr hat, kaufen. Oder einige Dinge. Zum Beispiel kaufen wir hier die Mystery Kralle für Maragon. Mystery Stab kaufen wir einen. Dann, was haben wir hier noch so schönes? Alles, was mit Misery zu tun hat, kann man hier kaufen. Heute ist der letzte Ort für die Misery. Äh, kaufen wir hier noch einen, falls wir so einen zum Schmieden brauchen. Gut. Mystery Fäustling. Mystery Helm. Mystery Weste. Gut, und hier könnten wir noch Potions und solche Dinge kaufen, aber. Ah, Vakzin kann man hier schon kaufen. Ja, das werden wir auch später mal brauchen. Gut. So, ob es hier sonst irgend noch etwas anderes ist. Oder kann man hier beispielsweise schmieden? Ach, nee. Ich will da wieder rein. Das ist die letzte Möglichkeit, hier das zu kaufen. So. Und wir werden ja Lilly gleich mal den Mystery Stab ausrüsten. Auch wenn sie das alles schon gelernt hat. So, schauen wir noch mal kurz nach. Ja. Dann verlassen wir auf diesen wunderschönen Ort wieder. Und ja, schauen wir mal, was wir noch alles so erledigen können. Und zwar werde ich jetzt den Queena wieder mit in die Party nehmen. Und wir werden wieder eine neue neue Blaumagie, dass ich es richtig spreche. Lernen für die, für Fifi. Ah, für Fifi. Jetzt sage ich, da komme ich für Queena, meine ich ja. Gut. So, aber für das müssen wir erstmal hier nach hinten fahren. Auch auf einem Kontinent, den wir noch nie besucht haben. Und ja. Und so weit mir zu Ohren gekommen ist, oder praktisch so weit ich weiß, hat jetzt ein anderer österreichischer Let's Player namens Jacken.at auch begonnen, Final Fantasy 19 Let's Played. Er hat momentan mittlerweile schon Final Fantasy 7 und Final Fantasy 8 auch Let's Played. Also wer für dich für das interessiert, soll ruhig mal bei ihm reinschauen. So, da haben wir Chocobo Spuren. So, und hier irgendwo müsste dann noch ein Kussmorast sein, genau. Bei diesem Kussmorast werden wir jetzt mal kurz reinschnallen. Und für Queena wieder was lernen. Also, Queena wieder Frösche fangen. Es ist sehr wichtig, wenn man die Frosch-Sight-Quest erledigen will. Und dazu muss ich jetzt Queena wieder in Party holen und ja, ich werde jetzt Frösche fangen gehen oder ich gehe mal wieder rein. Aber um tun mag ich schnell was. So, da bin ich wieder. Und jetzt gehen wir, zeige ich euch mal, wie das Kussmorast da drinnen aussieht. Damit ihr euch ja auch denken könnt, was das ist. Und danach werden wir natürlich für Queena, wie versprochen, die Blau-Magie lernen. Aber zuerst will ich hier ein paar Frösche fangen. Damit ich diesen Side-Quest auch ein bisschen vorantreibe. Und da ist natürlich wieder Mog Meier und Mog Michel. Die könnte man natürlich fragen, wo wir jetzt hin müssen, aber das brauchen wir nicht machen, wir wissen es ja schon. Und ja, hier sieht es so aus. Bernie, darf ich noch ein paar Frösche fangen, Hümpf? Aber gut, beeil dich. Vielen Dank. Hier sieht es so aus. Und ich habe mittlerweile 30 Frösche gefangen. Und ja, wie gesagt, ein männlicher und ein weiblicher soll am Schluss übrig sein. Und ich werde jetzt kurz aufschlusschen machen. Und wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Ich habe jetzt wieder Frösche gefangen, bis auf ein männlichen und ein weiblichen, damit sie sich schneller vermehren wieder. Und gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder raus. Und suchen dann einen bestimmten Gegner. Aber für das muss ich kurz schnell mein schlaues Buch fragen. So, wir sind hier. Und jetzt gehen wir zu diesem Strand da. Aber vorher muss ich noch kurz meine Party heilen. Queen er vor allem. Und Steiner. Passt, so. Und ich habe gerade eine neue Gabel bekommen. Und zwar die Bestio Gabel. Wir werden auch gleich anlegen. 68. Oh mein Gott. So. Und dann werden wir hier Nein, nicht da. Von Decken zu dem Strang gehen. Na gut. Dann mache ich doch ein Auskündiges, dass ich ihn gefunden habe. Was ist das für ein komisches Ding? Battle Cat, glaube ich, heißt das. Wenn ich mich nicht täusche. Na, ich möchte einen Diamanten. Hä? Wer möchte einen Diamanten? Battle Cat. Ähm, ja, so. Einen Diamanten. Habe ich sowas überhaupt schon? Ja, habe ich. Dann geben wir ihm mal einen Diamanten. Hä? Ich würde betrogen? Was bekommen wir denn jetzt dafür? Hä? Gar nix. Äh, okay. Die haben mich um einen Diamanten gebracht. Ja, Leute. Und ich werde jetzt kurz das Monster suchen. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, Leute. Hier habe ich auch ein Monster gefunden. Das... Für... Für Lina, glaube ich. Auch etwas lernen kann. Ich bin mir jetzt aber sicher, ob wir die Attacke schon haben. Okay. Haben wir schon. Egal. Ich habe mir gedacht, die haben wir noch nicht. Dann kleppen wir das Ding einfach jetzt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir das schon haben. Eisgar? Wotte? Gut. So. Ja, Leute. Und ich werde dann offscreen wieder nach dem Platz suchen. Also, Leute. Bis gleich. Und hier haben wir ihn auch schon. Denn Zombie-Wahl. Ja, 3700... Zombie-Pulver? Was macht das? Okay, Lillis Zombie. Gut. Wir haben hier 2800. Ich darf nicht mehr viel Schaden machen. Was hüpfen gegen Zombie? Ah, ein Talisman. Genau. Lillis gibt sich ihn selbst. Ich muss ein bisschen aufpassen. Kina. Angriff. Warten, 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 warten. Nein, Kina. Was machst du? Oh, Mann. Steiner macht mir ein bisschen viel Schaden. Und wir haben Schiebe erlernt. Oh, Mann. Steiner macht mir viel zu viel Schaden. So, Leute. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet bis dahin. Und Kina hat gerade Trance erlernt. Hat die Trance erreicht. Und ja, hier werden wir jetzt ein leichtes haben. Ultraschall. Okay, jetzt macht Steiner klein. Ja, jetzt ist alles auch schon egal. Okay, Lillis zaubert noch Mieter. Ich habe ihn jetzt so weit geschwächt, damit ihn gleich Lillis, ah, damit ihn Stein, ah, Quina gleich fressen kann. Und Level 5 Tod erlernen. Das wird es uns ein leichtes machen. Gegen das, also, leichtes. Das wird es uns leicht sein, Dinge zu machen, die wir einfach tun. Und die werden wir gleich nächstes Mal machen, bevor wir mit der Story weitermachen. Und ich werde euch jetzt noch kurz mit hinnehmen, wo wir jetzt eigentlich als nächstes hinwollen. Und zwar, die ist hier irgendwo unten. Und zwar, hier haben wir irgendwo die Chocopo Lagune, wo wir hin sollten. Hier irgendwo müsste sie sein. Ja, genau, hier. Und da werde ich jetzt dann mit dem Chocopo hinfahren. Dafür müssen wir aber auf einen anderen Kontinent. So, wo kann man da jetzt raus? Hier irgendwo, glaube ich. Oder doch nicht. Hm. Wo waren die Ställe? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, man musste auf einen... Hm, hier muss es irgendwie sein. So. Naja, Leute, ich werde es dann nächstes Mal zeigen. Ich werde zwar schon in die Lagune reingehen. Und... Oder... Nein, das machen wir nächstes Mal. Leute, bis dann. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.